Hallo zusammen, heute ist ein super spannender Tag bei uns in der Doro-Klinik. Unsere zwei neuen Azubis haben angefangen, die Melissa und die Lina. Wie fühlt ihr euch heute an eurem ersten Tag? Es ist sehr, sehr aufregend, aber es macht sehr viel Spaß hier. Ja, es ist sehr spannend, es ist was ganz Neues, aber man wird mega gut aufgenommen, es macht Sinn voll einfach. Wir freuen uns, euch auch die nächsten Teiljahre zu begleiten und euch einiges beizubringen. Das wird super!